Der spanische König Juan Carlos gibt überratend seine Abdankung bekannt. Das teilte der Monarch dem Ministerpräsidenten Mariano Dajoy mit. Nach fast 40 Jahren hat der 76-jährige Monarch genug von der Krone und überlässt den Thron seinem Sohn Philipp. Zu den Gründen der Abdankung ist noch nicht viel bekannt und auch für die spanische Bevölkerung kommt die Entscheidung ihres Königs völlig überraschend. Juan Carlos hatte eine Abdankung bisher immer ausgeschlossen. Bekannt ist nur, dass der 76-Jährige schon seit längerem gesundheitliche Probleme hat. Auch seine Popularität hatte in letzter Zeit durch mehrere Skandale den ein oder anderen Dämpfer erlitten. Sein Sohn Philipp wird nun den Titel Philipp V. tragen. Damit die Abdankung aber wirksam werden kann, muss noch eine Nachfolgeregelung vom Parlament verabschiedet werden. Eine Abdankung des Monarchen ist im spanischen Rechtssystem nämlich bislang nicht vorgesehen. In der Verfassung wird deswegen auf ein gesondertes Gesetz verwiesen, das aber bisher nicht verabschiedet wurde.